Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es die versprochene Auflösung des Gewinnspiels. Ja, es geht um dieses Gewinnspiel hier zur Twizy Snitchbox und zwar habe ich am 28.03. das Ganze veröffentlicht. Das Gewinnspiel ging bis 5.04.23.59 und das waren die Bedingungen des Gewinnspiels und das Ganze am 6.04. dann ausgewählt und in einem Video verkündet. Also der glückliche Gewinner. Gut, wir schauen mal ganz kurz nach und zwar haben wir heute, ihr seht es, den 6.04.2019, 14.36 Uhr jetzt aktuell und wir werden wieder mit dem Video Random Comment Picker arbeiten. Und zwar gehen wir hier auf URL probieren, dann gehen wir hier rein, rechtsklick, einfügen, filter Duplicate Users. Genau, also 45 haben wir hier und dann gehen wir jetzt hier unten auf Pick Random Winner. Dann schauen wir mal, wer hier ausgelost wird. Okay, also Gewinner ist in diesem Fall Ruhrerei. Top Video, Twizy Snitch und Attitude Movement. Also hier wurde alles richtig gemacht, hier wurden alle drei geforderten Hashtags verwendet. Und du bist der oder die, ich weiß es leider nicht, ob Mann oder Frau, der oder die glückliche Gewinner, Gewinnerin. Ich würde dich bitten, kontaktiere mich entweder über Instagram, also am besten natürlich bei Instagram oder gerne auch bei Facebook oder schreib mir eine E-Mail, ganz wie du möchtest, damit wir einfach verifizieren können, dass du das auch bist. Und dann klären wir alles weitere plus die Adressdaten und dann kriegst du natürlich die Box, die Snitchbox von Twizy zugeschickt. Ja, das war es für heute. Alle, die nicht gewonnen haben, bitte nicht traurig sein. Das nächste Gewinnspiel werde ich dann in den nächsten Wochen machen und wünsche euch an dieser Stelle noch ein schönes Wochenende. Passt euch auf. Ciao.